Herzlich Willkommen in der Gastronomie, der Welt der Tellertaxen, zerbrochenen Träume und Beziehungen, der Scherben und der Überstunden. Stellen Sie sich vor, Sie sind Kellner und niemanden stört es. Außer ihrer Ex, die sie dafür verlassen hat, ihren ehemaligen Freunden, die mit ihnen Zeit verbringen wollten, aber nie so wichtig waren wie ihr Tablett. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Gast und müssen das Haar in der Suppe finden, obwohl Sie eigentlich gar keine Zeit für diesen Mist haben. Zeit, beide Seiten zusammenzubringen und den Saustall aufzuräumen. Kellner kommt, eventuell.